Im Feriencamp soll vor allem der Spaß im Vordergrund stehen. Wir haben sie in ganz Ostbayern. Wir haben 19 Stück insgesamt. Von Ostern angefangen bis über die Herbstferien. Unsere Schmankerl sind natürlich auch noch, dass der Jani einmal vorbeischaut und auch ein Profi aus der ersten Mannschaft für Autogrammstunde und Fragerunde. Wir freuen uns über jedes Kind, das mitmacht. Die Jungs konnten mir ein paar Fragen stellen, was sie so über den Fußball wissen wollten oder ob ich mir meine Schuhe selbst putze zum Beispiel. War ganz lustig. Dann habe ich noch ein paar Autogramme geschrieben, ein paar Fotos gemacht. Das ist immer eine gute Sache. Das habe ich früher als kleines Kind auch gemacht. Ich finde es auf jeden Fall super, dass der Jan so etwas anbietet. Ich finde es bis jetzt sehr cool. Wir machen immer gute Trainings. Ich finde die ganzen Trainer nett. Ich habe schon viele neue Freunde gefunden, die sind auch alle sehr nett. Und wir machen auch ab und zu Quits, also so Spiele. Und wir haben das Ajax-Turnier gemacht. Wir finden es ganz gut. Ganz nette Trainer. Auch die Aufwärmübungen. Das ist komplett gezeigt. Die Angebote. Es ist immer was los. Die Kinder können super gern zu uns kommen. Die Eltern müssen es einfach online bei uns anmelden und dann werden sie tolle Ferien haben und viel Spaß haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.